so hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play in diesem let's play wollen wir mal skyrim spielen da jetzt ja dann bald die das neue spiel rauskommt nämlich wie heißt es dass der das kurz online und jetzt wollen wir noch mal die und skyrim anschauen ich habe das spiel noch nie gespielt aber ich bin gespannt ich bin gespannt Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmänte sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd spielen. Jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfeld. Jeder, ihr und ich. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern. Den Kessel, den. Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jachl von Bindhelden? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, reichen Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sofengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Oh, Liebstadt. Ich komme, ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Scharf, Macher, Dibella, Künaret, Agatosh. Herr Götter, bitte helft mir. General Tullius, der Militärbevierter. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei Ihnen. Verdammte Elfen. Ich wette, Sie hatten dabei Ihre Hand im Spiel. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Biloth immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Regeln. Stellt euch mal im Tod mit etwas Blut. Ihr müsstest ihnen sagen, ihr gehört ja nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel. Ja, Ulfric. Es war eine Ehre. Ja, Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Ihr werdet mich nicht bogen schützen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet, ihr da. Tretet vor. Wer seid ihr? Interessant, das können wir jetzt auswählen. Der Bürger von Himmelsrand sind die größeren Menschen. Die Nord sind stark. Zähre und König sind. Ha. Ja. Verzierung. Schichtkampfgröße und Magie. Wo immer Goldenen Menschen zu finden sind. Ha. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. In diesem Let's Play wollten wir mal Skyrim spielen. Da jetzt ja dann bald das neue Spiel rauskommt. Nämlich, äh, wie heißt das? Das, ja, das wird uns online. Und jetzt wollen wir nochmal Skyrim anschauen. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Aber ich bin gespannt. Hey, ihr da. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd spielen. Jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfeld. Ihr da, ihr und ich. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern. Ruhe dahinten! Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfrig Sturmmäntel, dem wahren Großkönig. Ulfrig, der Jachl von Bindhelden? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, all den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sofengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Oh, ist das. Ich komme... Ich komme aus... Oh, ist das. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. So. Macher. Die Bella. Künaret. Agathos. Ihr Gönnchen. Bitte, helft mir. Sie. General Tullius, der Militärbevierter. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei Ihnen. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Biloth immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet. Wir sind keine Rebellen. Stellt euch mal im Tod mit etwas Mut. Ihr müsstest ihnen sagen, ihr gehört nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel. Ja. Ja. Es war eine Ehre. Ja. Ralor von Flusswald. Lopier von Rorikstad. Nein. Ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Ihr werdet mich nicht. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da. Tretet vor. Wer seid ihr? Interessant. Das können wir jetzt auswählen. Der Bürger von Himmelrand sind große und Menschen, die Nord sind stark. Sehr und kündig. Die Sonne. Ha. Ralfanzieren. Schichtkampfgröße und Magie. Wo immer Golden Minze zu finden sind. Ha. Du siehst. Zauber. Hm. Ich glaube wir machen Zauber. Den Bretone. Fertig. Äh. Okay. Dann ihr Gaming. Und los. Ihr kommt aus Daggerfall, Bretone. Auf der Flucht vor irgendwelchen Hofintrigen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hochfels zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann Gefangener. Das ist doch eine Hauptfrau. Haha. Ulfric Sturmmantel. Ulfric Sturmmantel. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbefakramente. Möge der Segen der acht göttlichen Einwanderung. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Einen kleinen Lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh Gott, jetzt werde ich umgebracht, oder was? Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Wachposten, ein Drache, wie ist das möglich? Wachposten, was ist das möglich? Wachposten, was ist das möglich? ja und könnten die legenden war sein auch durch den kopf los hier müssen wir auf uns Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und läuft immer... Nicht durch, oh Gott, wohin geht's? Springt auf das Dach, hat er gemeint, ja, dann gehen wir nochmal aufs Dach, wenn wir falsch gesprungen sind. Achso, dieses Dach. Ah, okay. Achso, Geld. Alle Mannschaften! Immer noch am Leben, bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, um den Jungen, ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Adva. Bleibt da bei der Branche. Es war knapp. Es war knapp. Jetzt sind es nur noch wir Wackel gefangen. Okay, ähm... Ja, ich hab mich entschlossen, Skyrim zu spielen. Bevor wir der Elder Scrolls Online dann auch beginnen zu das Plänen, dann im, äh, April. Wir machen uns besser. Kommt her. Obwohl ich diese Fäße nicht lösen kann. Bitte. Sie sind durch etwas anderes. Hier gibt es ja vielleicht nicht Zeug. Hm. Das brauchen wir auch, das brauchen wir auch. Auch. Tab. Magie. Flammen. Aber was bringt mir das? Es ist langer. Jetzt muss mir noch alles erklärt werden, weil ich spiele das erste Mal. Schutzgeist. Ein bisschen leiser, wenn es noch ging, das ist ein schön. Ein bisschen leiser, jawohl. So. Wir sollten den... Äh. Jetzt muss ich hier auch noch dem... Dem hausempfindlicher durchstellen, das ist ja alles so... Blöd. So, aber jetzt... Okay. Hm. Leer. Wir können. Oder? Nee. Ah, nee. Da war ich schon, glaube ich. Ah, ja. Ich könnte ja auch noch mal eine Waffe nehmen, ne. Inventar. Waffen. Eisenschwert mal ausrüsten. Ist doch auch weg. Kleidung. Kleidung. Kleidung.